Jetzt ist es soweit. Der Winter fängt an und die Original-Ski-Jöhring-Boom sind wieder da. Nach einem Jahr Pause geben sie ein großes Kompakt. Jöhring, hei, 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 Jöhring, hei Lasst euch das Spektakel auf jeden Fall nicht entgehen, am 12. Januar geht es endlich wieder los. Alle Infos zum Skiringen Lenkreis gibt es auf www.team-branek.de Schneefall, Schneefall, wann kommst du? 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 Also liebe Mopedfahrer, Skifahrer und Motorsportfreunde, kommt vorbei zum Skiringen in Lenkreis. Heute ist wieder so ein Winter, wo ich wieder warte wär's auch geil. Alle Fahrer aus nah und fern, ich weiß, ihr könnt's ja auch recht gern. Die Joghurt müsst sich sausen lassen und sofort auf Lenkreis fallen. Vollgas oben, die Rindbahn horzen und ein Gashahn auf Anschlag dran. Die Luft schmeckt so nach Mitte, nur die Leid schon weit ins Rindanzo. Ich freu mich, weil's so graucht und stoppt und die Zeit zum U-B-30-Postop. Ich freu mich, weil's so gut ist. Ich freu mich, weil's so gut ist. Ai, wenn's so gut ist, wer das Bewusstsein? Untertitelung des ZDF, 2020